Der deutsche Meister FC Bayern München konnte sich im diesjährigen Supercup mit 5 zu 3 gegen den DFB-Pokalsieger RB Leipzig durchsetzen. In der folgenden Taktikanalyse werde ich das Spiel genauer unter die Lupe nehmen, euch erklären, wieso es zu zwei so unterschiedlichen Halbzeiten kam und wie der FC Bayern auch in Zukunft ohne Robert Lewandowski erfolgreich Fußball spielen kann. Starten wir mit der Formation von Bayern und da ist es so, dass man in einem 4-2-2-2 gestartet hat, was ja so grundsätzlich die perfekte Gegenpressing-Formation darstellt und auch im Pressing sehr effektiv sein kann, wenn man sie richtig nutzt. Das Ganze habe ich ja schon mal erklärt im DFB-Hansi-Flick-Taktik-Video, das habe ich euch jetzt oben mal verlinkt. Kurz gefasst ist es einfach so, dass ich bei der Formation alles im Zentrum abspielen soll. Man hat auf den äußeren Positionen eigentlich nur die beiden Außenverteidiger, was dann dafür sorgen soll, dass man im Mittelfeld so schnell wie möglich den Ball wiedergewinnen kann, da man da halt sehr viele Spieler auf geringem Raum hat. Und ja, das ist so die Grundidee. Wir sehen es jetzt auch hier, wie es bei Bayern umgesetzt wurde, die zwei Außenverteidiger neben den zwei Achtern. Dann haben wir davor die zwei Zehner und davor nochmal die zwei Stürmer jeweils nebeneinander. Jedoch war das keinesfalls so festgelegt, dass die immer ihre Position gehalten haben. Es war so, dass es dauerhaft Rotationen zwischen den vier Offensiven gab, vor allem auf der rechten Seite zwischen Müller und Gnabry. Was Sadio Mane betrifft, da war es zu Beginn so, dass er fest als linker Stürmer gespielt hat, dann auch mal im weiteren Verlauf rechter Stürmer, aber immer nur in vorderster Front und nie auf die Zehnerposition zurückgefallen ist. Später in der zweiten Halbzeit ist dies dann mal geschehen, zum Beispiel beim 4 zu 1, dass er selber einleitet. Und ab da an war er eigentlich erst wirklich ins Spiel eingebunden. Ich erkläre euch nochmal kurz die Funktionsweise der Vierer-Offensive. Kurzer Hinweis, in diesem Beispiel ist jetzt Pavard der vierte Offensive, weil er mit Müller rotiert hat, der jetzt auf der Rechtsverteidigerposition kurz mal ist. Wir haben hier also Kimmich, der den Ball hat. Dann haben wir als Zehner eben Pavard und Mane und als Stürmer Musiala und Gnabry in dem Fall. Im nächsten Schritt sehen wir dann, dass die beiden Zehner einstarten in die Tiefe hinter die Abwehrkette von Leipzig und Kimmich kann dann den Ball auf Pavard spielen. Während der Ball gespielt wird, sehen wir dann im nächsten Beispiel, dass alle vier Offensivspieler bzw. die drei anderen, die den Ball eben nicht haben, zeitgleich einstarten, was für maximale Verwirrung in der Hintermannschaft vom Gegner führen soll. Pavard erhält dann eben den Ball und hat quasi drei Passmöglichkeiten. Zum einen Gnabry auf den kurzen Pfosten, Mane auf den langen und Musiala, der sich ein bisschen von den Gegnern löst und in den Rückraum fallen lässt. In dem Fall hat es jetzt nicht zu einem Torerfolg geführt, aber zeigt auf jeden Fall so grundlegendes Angriffsmuster mit den vier Offensiven. Dass diese Vierer-Offensive extrem gut funktioniert hat, zeigt allein der Fakt, dass alle an mehr oder weniger einem oder mehreren Toren direkt beteiligt waren. Die perfekte Situation, um das zu zeigen, ist dann das 2 zu 0 von Bayern, was wir uns jetzt mal genauer anschauen. Hier haben wir dann also Davies, der als Außenverteidiger für die Breite im Spiel säugen soll, der dann Müller im Zentrum findet, der sich gut zwischen den Ketten, also zwischen dem Mittelfeld und der Abwehr von Leipzig bewegt und somit dann sich freiläuft und den Ball von Davies erhält. Der lässt den Ball dann perfekt klatschen in den Lauf von Musiala, während wir in der Mitte schon Gnabry und Mane sehen, die sich bereit machen, in die Tiefe einzustarten. Musiala bekommt dann eben den Ball und leitet ihn weiter in den Lauf von dem einstarteten Gnabry, der den Ball dann eben hinter der Kette von Leipzig bekommt und somit freie Bahn hat, auf Mane querzulegen, der eben parallel mit ihm eingelaufen ist, nicht im Abseits steht und somit diese wunderbare Steil-Klatsch-Kombination der vier Offensiven, die alle daran beteiligt waren, zu vollenden. Und ja, man muss auch sagen, es war extrem schlecht verteidigt, wie eigentlich alle der ersten drei Tore von Bayern, aber dennoch zeigt es im Ansatz so, wie man spielen will. Das Pressing von Bayern hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert in der ersten Halbzeit und man konnte RB eben immer mit mehreren Spielern gleichzeitig unter Druck setzen. Gegen den Ball, wenn dann Leipzig mal in seltenen Fällen das Pressing von Bayern überspielt hatte, war es dann ein 4-4-2, wo dann halt die Leute, die derzeit auf dem Flügel, also auf der 10 waren, neben die Doppel-8 aus Kimmich und Sabitzer gerückt sind, wodurch man dann eine 4er-Kette vor der Abwehr-4er-Kette hatte, was dann halt eben sehr kompakt war und eigentlich ja ein typisches und gutes Defensivmuster ist. Schauen wir auf Leipzig und die sind in ihrer gewohnten Grundordnung im 3-4-2-1 gestartet, aber auch ohne richtigen Stürmer zu Beginn. Deren Herangehensweise war, ohne hohes Pressing zu spielen. Man hat in der ersten Halbzeit nur in einer Situation mal wirklich mit Pressing gespielt und da war es tatsächlich dann auch direkt erfolgreich, wie wir es hier sehen, konnte dann Sima Khan auf Gnabry Druck machen, gewinnt den Ball und spielt ihn dann eben direkt vorne rein zu Nkunku, der dann leider im Upside stand, aber ansonsten stand man halt tief in der ersten Halbzeit und spielte ohne Pressing. Auch da die Ringbacks aus Henrichs und Klostermann nur defensiv ausgerichtet waren und eben durch die vier Offensiven von Bayern jederzeit gebunden wurden und defensiv gebraucht wurden und somit hat man eigentlich in der ersten Halbzeit quasi nur eine 5er-Kette gespielt und eigentlich keine 3er-Kette. Somit gelangen den Leipzigern wenige Ballgewinne und von hinten heraus war man eigentlich überfordert und hatte viele Ballverluste durch das gute Pressing von Bayern. Dadurch resultierte dann halt quasi, dass man in der ersten Halbzeit wenig Ballbesitz hatte und Bayern das Spiel dominieren konnte. In der zweiten Halbzeit ging das Spiel eigentlich so weiter bis zur 52. Minute dann, als Tedesco auf Leipziger Seite umstellte, um Bayern zu überraschen. Man stellte um auf eine 4er-Kette und eine Raute, also ein 4-1-2-1-2. Man hatte dann Benni Henrichs als 6er, Sopperschlei und Leimer auf den 8er-Positionen, Dani Olmo als 10er und vorne drin mit Nkunku und André Silva, die zwei Stürmer, wie wir es hier auch sehen können. Durch diese Umstellung stand Leipzig dann höher und ist ebenfalls öfter ins Pressing übergegangen. Dadurch wurde das Spiel dann offener und ausgeglichener, was dann auch in mehr Chancen auf beiden Seiten resultierte. RB musste dann halt aufgrund des Rückstands immer mehr ins Risiko gehen, wodurch die Bayern die dann gegebenen großen Räume hinter der Abwehrkette Leipzigs eben nutzte. Als Beispiel dient ja eben, wie vorhin erwähnt, das 4 zu 1, wo sich dann eben Mané mal mehr fallen lassen hat auf die linke Seite und dadurch eben mehr ins Spiel eingebunden wurde. Und hier leitet er eben auch die Chance ein, indem er den Ball aus Sabitzer spielt, der dann eben halt vorne reinpassen kann auf Coman, der dann eben das Spiel vor sich hat, mit drei Leipziger-Verteidigern, die recht hoch stehen und eben noch drei Mitspielern, wodurch dann halt eben auch das 4 zu 1 letztendlich fällt, was ja vermeintlich die Vorentscheidung sein sollte, aber nicht unbedingt war. In der Zeit fielen dann ja auch noch zwei Abseits-Tore, die von Mané erzielt wurden und er hatte auch noch eine weitere Chance, was dann eben zeigt, dass Mané vor allem dann zur Geltung kommt, wenn man kondern kann. Letztendlich konnte Leipzig dann die Bayern mit einem Torrückstand extrem hinten reindrücken, auch wenn es am Ende nicht mehr ganz gereicht hat, um den Ausgleich zu erzielen. Wie es eben zu diesem Eintore-Rückstand kam, thematisiere ich jetzt nochmal, nämlich sind wir jetzt bei den Erkenntnissen für die Bayern und deren weiteren Saisonverlauf und die erste Erkenntnis, die ich so gemacht habe, ist, dass die Bayern einen richtigen Sechser brauchen, der auch mal defensiv stehen bleibt und dort die Löcher stopft. Dazu schauen wir uns jetzt hier mal die Entstehung des 4 zu 3 für Leipzig an. Wir sehen hier Davies als Linksverteidiger mit Offensivdrang ist vorne dabei, kann nicht mehr absichern. Zudem attackieren jetzt beide Achter bei einer Zweitoreführung so kurz vor Ende den ballführenden Spieler und können den Ball nicht gewinnen. Wir sehen hier hinten, Lucas Hernandez sichert den Sechserraum ab, wo eigentlich einer der zwei Mittelfeldspieler stehen sollte, die aber beide zu viel Offensivdrang haben. Leimer kann sich dann halt eben durchsetzen, treibt den Ball nach vorne und wir sehen hier oben schon einige Leipzig-Spieler. Wir gehen in den nächsten Schritt und dann sehen wir, De Ligt hat einen Gegenspieler, Lucas Hernandez hat einen und wir sehen jetzt Masraoui ist halt eben in einer Unterzahl-Situation 2 gegen 1. Die Leipziger spielen uns extrem gut aus und können dann halt eben den Anschlusstreffer erzielen, da kein Sechser mit abgesichert hat, was für mich so eine kleine Problemstelle im Bayern-Kader ist, was ich aber auch schon des Öfteren angesprochen habe. Eine weitere kleine Erkenntnis ist die schwache Eckball- beziehungsweise Standardverteidigung von Bayern. So viel dann nämlich zum einen das 3 zu 1 für Leipzig und auch weitere Chancen ergaben sich, zum Beispiel die eine, wo man das Lattenkreuz trifft. Also da muss ich auf jeden Fall noch was tun im Team von Nagelsmann. Die dritte und auch wichtigste Erkenntnis, die man aus dem Spiel ziehen kann, ist, dass man durch individuelle Qualität, in dem Fall war es vor allem Musiala, der in dem Spiel durch seine Dribblings und Pässe herausgeragt ist, aber auch durch Rotation kann man gegen tiefstehende Gegner Tore erzielen, auch wenn Leipzig jetzt in dem Fall nicht so extrem den Bus geparkt hat, wie manch andere Gegner in der Zukunft und sie in der ersten Halbzeit recht schwach verteidigt haben, aber dennoch waren die Kombinationen offensiv auf jeden Fall eindrucksvoll, vor allem in Anbetracht dessen, dass die Mannschaft so mit Mané unter anderem noch nicht wirklich lange zusammenspielt und sich das auf jeden Fall noch bessern wird. Ich gehe dazu jetzt noch mal kurz auf das Muster ein, wie man dann eben zu Chancen kommen will. Wir hatten es ja schon zu Beginn, wo Pavard auf außen durch war, das war schon mal ein gutes Beispiel. Ein weiteres Beispiel ist jetzt hier, man möchte halt grundsätzlich durch einen Pass hinter die gegnerische Abwehrkette mit einem weiteren eingelaufenen Spieler kommen, während im Zentrum dann der Rest der Offensive ohne den Ball parallel einläuft, um dann halt die Flanke zu verwerten, die der angespielte Spieler dann reinschlagen soll. Im Optimalfall dann eben flach. Hier ist es jetzt Sané mit dem Steckpass, der genial getimt ist auf den nach außen einlaufenden Coman, der dann eben auf den eingestarteten Mané in der Mitte flankt. In dem Fall ist es jetzt dann halt eben abseits, aber das Ganze soll ja jetzt nur so das Angriffsmuster an sich im Grunde zeigen, dass wir dann so auch in der neuen Bundesliga-Saison von Bayern auf jeden Fall sehen werden, wohingegen die Flanken, also so die hohen Flanken, nur ein seltenes Stilmittel im Offensivspiel der Bayern sein werden. Das war soweit meine Analyse zum Supercup-Topspiel. Wirklich ein grandioses Spiel. Ich hatte sehr viel Spaß beim Schauen. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Habt ihr weitere Erkenntnisse und taktische Einzelheiten ausmachen können? Lasst es mich gerne wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und auch gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.